Musik Trax im Homeoffice Nee, blöder Scherz, aber ich hab's heute nicht in die Schule geschafft. Jetzt sitze ich zu Hause beim Herrn Lehrer vor seinem Computer und weiß nicht, was ich tun. Kann mal einer diesen Vogel bremsen? Wenn der mal ihren Schnabel offen hat, ist er nicht auszuhalten. Trax redest du eh nicht mehr weiter? Okay, danke dir, mein schwarzer, gefiederter Freund. Moment, wir sind tatsächlich im Homeoffice heute und an meiner Gewandung, und diese Mütze war ja vorher soeben eine Art Notwehr gegen Trax Redeschwall, an meiner Gewandung seht ihr, wir sind jetzt einmal in einer etwas anderen Zeit angelangt. Heute nehme ich ein Trax Special oder ein Trax Spezial zum Thema Mittelalter. Eine spannende Zeit, so wie es uns heute mit Corona geht, ging es den Leuten mit vielen anderen Krankheiten damals im Mittelalter, aber wir wollen ein bisschen das Leben des Mittelalters für euch in ein paar kurzen oder in einem längeren Film sogar beleuchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gnies die Fingerkuppen vorne aufplatzen. Auf geht's los. Okay? Da rennt sich die Prügelbank. Aus. Ja, aus. Hier wurde man am Hals an den Händen und an den Oberschenkel fixiert. Und wie es ja der Name schon sagt, wurde man dann geprügelt. Unter anderem mit sowas da. Unter anderem mit sowas da. Unter anderem mit sowas da. Unter anderem mit zum nächsten Mal. Unter anderem mit sowas da. Unter anderem mit sowas da. Unter eerem mit sowas da. focuses herd hisui. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020